Jetzt nur mal angenommen, nur mal so ein Gedanke zwischen uns beiden. Du änderst eine einzige Frage in deinem kompletten Verkaufsgespräch und bekommst ein komplett anderes Ergebnis. Ist das nicht großartig? Ist es da nicht lohnenswert, dieses Video hier zu schauen? Ganz oft ist es so im Verkauf. Ich stelle immer wieder fest, eine Frage, die du ändern solltest und du hast ein anderes Ergebnis. Wie das funktioniert, das siehst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Und ich hatte vor zwei Tagen wieder ein Einzelcoaching. Da kam die Frage der Fragen, die ich immer wieder höre in den Trainings, die du bitte ab heute nie wieder stellst. Und die Frage lautet... Hätten Sie da mal Zeit, sich das genauer anzuschauen? Hätten Sie da mal Zeit für einen kurzen Austausch? Hätten Sie da mal Zeit für ein kleines Online-Meeting, für einen Termin vor Ort etc. pp. Hätten Sie mal Zeit? Ist streng genommen erstmal eine geschlossene Frage. Im Deutschunterricht sagen wir eine Entscheidungsfrage. Wie kann dein Gegenüber antworten? Richtig. Mit Ja oder Nein. Wenn wir jetzt noch in die Entscheidungspsychologie so ein bisschen reinschauen, dann wissen wir, dass wir Menschen grundsätzlich sehr, sehr viele Entscheidungen am Tag treffen und die meistens ungern treffen oder unbewusst treffen. Und wenn wir aktiv eine treffen sollen, dann sagen wir halt ganz oft, nö, habe ich nicht, weil ich weiß ja auch noch gar nicht, was du mir eigentlich zeigen willst. Also ist es einfach eine blöde Frage. Was dazu kommt, schon durchgestrichen, ist der Konjunktiv. Hätten Sie da mal Zeit? Also wenn du schon eine geschlossene Frage stellen möchtest, dann sagst du, haben Sie da mal Zeit? Aber dann wird es nicht viel besser. Also das Ergebnis ist einfach schlecht. Du bekommst sehr viel Nein. Kennst du das aus der Telefonakquise? Kennst du das aus der Terminierung? Wie kannst du es besser machen? Du stellst eine offene Frage und hängst einen Nutzen hintendran. Jetzt sagst du, komm, ja, es erzählen alle hier, es ist nur die erste Idee, die zweite ist viel besser. Wann haben Sie da mal Zeit, um zu schauen, welche Nutzen Sie in Ihrem Unternehmen zukünftig genießen werden? Wann passt es Ihnen mal für einen kurzen Austausch, damit Sie auch einfach sehr schnell praxisnah sehen, was das bei Ihnen im Unternehmen verbessern kann oder verändern kann? Also eine ganz konkrete, offene Frage. Wann haben Sie dafür mal Zeit plus einen Nutzen? Was verändert sich durch dein Produkt? Was ist dein Nutzen? Was will der andere verstehen, damit es für ihn interessant ist? Erste Idee. Zweite Idee, noch besser. Ich liebe Sie, ich liebe Fragetechnik und ich liebe die Alternativfrage, denn hier passiert was, was völlig anders ist als da oben. Die Situation war, dass der Coachee quasi einen Termin vor Ort haben wollte. Hätten Sie da mal Zeit für? Er sagte, ja stimmt, Robert, du hast recht, ich habe ganz viel Ablehnung bekommen, ganz viel Nein. Sehr, sehr wenig Ja. Okay, alles klar. Wenn du in die Alternativfrage gehst, hast du ja zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, hey, jetzt ganz kurz ein Online-Meeting. Also wir gehen direkt rein ins System und schauen uns das an. Oder wir vereinbaren einen Termin, wir brauchen ungefähr 15 Minuten, was passt Ihnen besser? So, die beiden Optionen. Ich fasse mal ganz einfach zusammen mit jetzt oder später. Übrigens, Alternativfrage, ganz wichtig, die Option, die du haben möchtest, setzt du ans Ende, weil das länger im Kopf deines Gegenübers haften bleibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das zweite auswählt, ist viel, viel höher. Aber was du hier machst, und das ist wirklich entscheidend, du fragst ja eine Alternativfrage, was auch wiederum Deutschunterricht eine in sich geschlossene Frage ist, nicht mehr Ja oder Nein, sondern du fragst Ja oder Ja. Ja, und genau das ist der bedeutende Unterschied. Da möchten wir hin. Du stellst die Frage und sagst, hey, du kannst es dir aussuchen, lieber potenzielle Kunde. Und ich gebe dir zwei Antwortmöglichkeiten vor. Und beide sind positiv. Für den Kunden natürlich und auch für dich. Also Win-Win-Situation. Passt es Ihnen jetzt direkt, dass wir mal ins System reinschauen? Oder sollen wir da mal einen Termin vereinbaren? Hat den Vorteil, dass Sie sich dann noch ein bisschen drauf vorbereiten können? Ich schicke Ihnen nochmal einen Link und dann passt es. Also die später Version war jetzt in diesem Einzelcoaching die richtige oder die bessere. Deswegen haben wir die Frage so gestellt. Wenn du jetzt direkt mit ihm ins System reingehen willst, dann sagst du, Mensch, sollen wir denn da mal einen Termin vereinbaren, damit Sie da mal sehen, wie das Ganze funktioniert? Dauert so 30 bis 45 Minuten. Oder wir schauen jetzt mal schnell gemeinsam 10 Minuten ins System rein. Was ist Ihnen lieber? Was ist Ihnen lieber, ist nochmal eine offene Frage hinterhergeworfen. Also das ist einfach ein bedeutender Unterschied. Damit wirst du mehr verbindliche Termine erreichen, beziehungsweise die Verbindlichkeit. Das ist die dritte Idee. Die dritte Idee ist, Thema Verbindlichkeit, dass du die Termine einmal noch qualifizierst. Das kann bei einer Branche, kann das sein, eine Minute mit zwei weiteren Fragen. In anderen Branchen, Kunststofftechnik, Einkäufer bei Porsche, eine halbe Stunde mit 28 Fragen. Also total verschieden. Deswegen haben wir da auch zwei Videos gemacht. Du findest hier oben den ersten Teil. Die Anna verlinkt uns das einmal. Terminqualifizierung Teil 1. Schau dir Teil 2 dementsprechend auch an. Dann hast du nochmal 30 Minuten Content zum Thema Termine qualifizieren. Und dann ist es am Ende einfach so, dass du mit diesem Austausch der Fragetechnik wesentlich mehr verbindliche Termine vereinbaren wirst. Dadurch hast du mehr glückliche Kunden, resultieren daraus mehr Umsatz, mehr Zeit für dich. Also all das, was wir wollen. Ich hoffe, dass du das in die Umsetzung bringst. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du das Ganze für dich adaptierst. Welche Fragen du konkret stellst. Also schreib wirklich mal deine konkrete Terminfrage in der Alternativtechnik auf. Dann gebe ich dir gerne ein Feedback dazu. Und dann freue ich mich auf das nächste Video. Ich sage vielen Dank, wünsche dir nur das Beste. Bis dann, dein Robert. Ciao.